Also Leute, ein erstes Spiel wieder als Bayern-Trainer. Ja, freu ich mich riesig. Die Jungs sind gut vorbereitet. Der Gegner ist auch top motiviert, Regionalligist. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir jetzt die Woche alles gelernt haben. Zum ersten Test bei der Vollprofi-Truppe aus Schweinfurt durften alle Kaderspieler sowie einige Gastspieler ihr Können unter Beweis stellen. Trotz vielversprechender Angriffe unterliefen uns im Abwehrverbund doch zu viele individuelle Fehler, sodass wir am Ende mit einer 0 zu 8 Testspiel-Liederlage die Heimreise antreten mussten. Leider blieb uns auch der Anschluss- oder Ehrentreffer versagt. Am nächsten dran waren wir bei einem Lattenknaller von Tyrokomus. Das war ein schwerer Kurs. Wir haben uns das anders vorgestellt, aber wir machen das Beste jetzt draus.